Ja, moin Leute und willkommen zurück hier zu It Takes Two. Wieder mit dabei natürlich der liebe Hiski und ja, wir sind hier auf dem Weg zum Schloss. Letzten Folge ja noch den Oktopus fertig gemacht. Oh Gott, gelachter Wann. Wilde Fahrt. Dass mal ich nicht entgleisen kann, das ist schon ein bisschen. Oh, quietsch entschied. Oh, das geht mit Gold. Hör aber auch. Endstation. Hast du dich erschrocken? So eine Scheiß-Kiste da. Oh Gott, das ist richtig. Rose gave the elephant a crown, you know, a queen's crown. So Rose made the elephant into a queen? Ja, ich glaube so. So ist es ihr favorite toy. Oh, perfekt. So now we're killing a queen. Oh, pardon me. Killing who? No, 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 no. No, 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 no. She said chilling. Yeah, chilling with the queen. We are really looking forward to chilling with her, right? I see. I see. Well, all visitors must prove themselves worthy of an audience with the queen. Get a ball over there and use it to pop the balloon. And then you will be granted access to the castle. Great. Thank you. Okay. Oh. Oh. Oh Gott, man muss... Okay. Das ist ein hindernes Parcours. Okay, muss ich nochmal raufdrücken, ne? Ja. Ich hab das eben nicht gesehen. Du musst da mithelfen schieben. Weil alleine schaffe ich es nicht schnell genug. Aber ich nicht schnell genug. Aber es ist dann effektiver, wenn ich auf der Seite bin. Gib schieben. So, ran da, ran da, ran da. Schieben, schieben, schieben. Oh Gott. Als nächstes. Okay. Checkpoint. Ah, ich glaub du musst ins Hamsterrad dort. Ah, okay. In die andere Richtung. Gut. Dann geh ich ins nächste. spoende. Oh, diese Robbe hier. Oh, 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 oh Ach so, ich dachte, das ist So, Sprungding Oh, niedlich Ah, okay, ich muss die Ballons platzen lassen Ich glaube, du musst mich abfeuern dann Tschüss Okay, okay, das ist doch wesentlich Du solltest warten, bis ich sage Bitte Aber kann ich hier noch Ich sage, du sollst warten, bis ich sage Hallo, gehst du wieder Okay, geh ich rein Ich muss höher zählen Okay, ist in Ordnung Jetzt Hallo Oh, war knapp Habe ich jetzt schwerfälsch gedrückt? Nee, nee Oh, ich habe einen ganz knappen Ballon vorbei Jetzt Ich glaube, es war zu spät Oh, doch nicht Jetzt ist die Frage Wie kriegt man den Rechten? Was ist ein Gitter im Weg? Kann ich hier noch irgendwas drücken oder so? Ich glaube nicht Ja, aber drück mal Ja, nee, das ist definitiv ein Gitter im Weg Hm Da muss man irgendwie die Kann man die irgendwie versch- Man muss da ein Riesenrad unten Mal graben Nee, da kann man nicht hin Oder erst mal irgendwo anders hinballern Macht auch keinen Sinn, ne? Ich suche Nee, kann ich auch nichts mitmachen Nee, wir müssen alle drei Ballons zerstören Ich kriege mal den Schieße einfach mal kurz Nee Hä? Was übersehen wir denn jetzt bitte? Vielleicht hier irgendwie? Bei dem Harry da irgendwas drücken? Da bei diesem Hammer-Johnny da? Nee, nee Ich glaube, das ist einfach nur Optik Achso Weil Zudem kann man auch nicht richtig hinzielen Hm Mal kurz hier unten nochmal Irgendwas hier machen kann Naja Nee Nee, da kann ich nicht hin Nee, das ist auch hier Das ist ja abgeschlossen Ha Oh, schade Das bauen ich hier so Oh Natürlich, das bauen ich hier Irgendwie muss man doch Irgendwie muss man das verändern können Hm Schieß mal Okay, das ist jetzt hoch Kann man irgendwie Okay, schieß mal Okay, man stoppt tief, tief, wenn man irgendwo landet Ah, schieß mal Ich dachte, ich kann irgendwas dann drücken oder so Aber Hm Äh Ein Schuss bitte Ah Ja doch Ich kann W-A-S-D drücken Okay So Einmal schießen Okay Okay, das war zu niedrig Interessant Gut zu wissen Jetzt schießen Und Bam Ah ja So Ich war da eingeklemmt zwischen den Gondeln Oh Gott So jetzt hier Oh Gott Ja Jetzt müssen wir Ich muss nach vorne und du musst das links und rechts sortieren Oder nach vorne und hinten glaube ich auch Also ich habe nur links und rechts zur Auswahl Ah, okay Okay, ich verstehe schon Du links und rechts und ich gerade aus und zurück Okay, dann muss ich auch zurück gehen Fahren, wie auch immer Ein bisschen nach vorne kippen Gar nicht so leicht Hm Komm schon Wie war noch Okay Da wollte ich zu viel Ja, okay Da wollte ich einfach zu viel Das ist in Ordnung Ah, okay Okay Okay, weil es noch 2 Zettibit noch weiter war Das ist in Ordnung Let's skip Boah Ich glaube, du musst erst mal auf die andere Seite Ah, nur wie Okay, ich gehe auf die andere Seite Achso Ja, geh noch unter Hey, bleib drauf Ist schon in Ordnung Du musst jetzt nur schwingen Ja, ne, wir müssen uns nur abstimmen Ne, schwing du mal Ich passe mich an dich an Achso Hm Ah, noch nicht ganz Oh, schade Kann ich die auch so einsammeln? Ja, einfach hier drücken Oh ja, das ist perfekt Da Da Nee, beim nächsten Mal Jetzt ist aber Besser von der Schwung Sehr schön Okay Und Rainer Jetzt musst du noch auf meine Seite kommen Einfach rüberspringen Ähm Oh Gott Kann kein Doppelsprung damit machen Das war das Problem Oh, was? Okay Machst du kaputt Na dann Aufziehen Und Feuer Ha, ha, ha Ne, war das Ding nicht mit? So, doch Müssen wir Ja, wieder E-Spam Auf jetzt Ja, ist mal richtig steil Da oben Ist in Ordnung Ist in Ordnung Oh, oh Oh nein Sie ist da! Ja, das Garten muss näher sein. Kommt! Wow! Haben Sie und Rose alles gebaut? Wir haben sicher gemacht. Es ist nicht schlecht, Cody. Nicht schlecht. Ich will keinen Weiß hier mehr sehen. Nie wieder. Ich schaff da schon noch. Ich schaff den schon raus. Ich schaff dich da raus. Raus aus dem Leib. Ja, komm schon. Raus aus dem Leib. Ich denke, ich nenne diesen Train die Mayflower jetzt. Okay. Ich sag dazu mal nichts. Äh, das ist nicht sehr sicher, wenn das Ding nicht ganz drin ist. Haha. Das wird mir das Ort aufbauen. Okay, Luftballons. Ah, hier ist ein Minispiel. Musst du aussteigen. Da oben? Oder wo ist das? Bei mir. Hinter dir. Abbrechen, musst du drücken. Dann zurücklaufen. Genau in die Richtung. Oh ja. Wie hat man Vögelchen? Oh nein. Drücke in die Vögel, um ihn zu sinken zu bringen. Okay. Okay. Äh. Äh. Mein Pferd wird gewinnen. Alles klar, mein Pferd ist besser als dein Pferd. Well, mein Pferd ist kleiner. Okay. ASD wahrscheinlich, ne? Ah. Ah, der hat... Okay. Gut gemacht, Pferd. Warte, was sind das für Tasten? Wir haben das Pferd. Ich drück doch die Tasten die ganze Zeit. Was ist das denn? Wurde frei nicht so farger. Alter, was? Shit. Was ist das denn, Alter? Was? Was ist das denn, Alter? Was? Oh Gott. Alter, ist das bescheuert. Ja. Fast 50 Punkte. Mine ist noch kleiner. Ah. Auch wieder so ein bescheuerter Kram. Chuchu. Das ist echt cool. Was passiert hiermit? Oh. Krieg ich die 500 Punkte? Oh. Perf. Oh. Guckt ihr das an? Ja. Ich bin... 500 Punkte easy. Cool. So, was gibt's hier nicht? noch interessantes? Ich glaube jetzt... Was macht das hier? Space Launcher, okay? Oh, da geht. Oh, du hast Domino gebaut? Hinten? Oh. Was war da oben? Oh. Ah. Ich hab's gefunden. Ist genau über uns. Na. Muss auf die Ende Trommel rauf. Die unten ist. Rechts von dir glaube ich jetzt. Rechts, 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 weiter, rechts, weiter, rechts, weiter, rechts. Jetzt umdrehen. Umdrehen, 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 umdrehen. Die Trommel da unten links. Genau die. Und dann musst du das unten drücken, genau. So, du kannst doch D drücken, genau. Da, zurück, 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 zurück. Kann ich das Ding hier... Hä? Äh. Äh. Okay. Hab's. Und einmal. Im Kreis drin. Weiter Kreis. Ups. Sorry. War nicht mehr absüchtig. Doch, war's. Nein, war's nicht. Hey Cody. Bist du hier für ein bisschen Bowling? Äh. Du bist verrückt. Okay. Okay. Müssen wir gleichzeitig machen, oder? Zurück. W. S. W. S. W. S. W. S. W. S. W. S. 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 W. Giet Milliarden. Oh god, wei. W-wei w-wei. We're not here to call trouble. Yeah yeah, we're just here to… See the elephant. Mh. How dare you insult Arm and coins illustrations Guildhouse Queen of the magic castle? In short, Her Majesty! Oh yes, we mean Her Majesty. Können Sie uns zu ihr nehmen? Es ist ziemlich urgent. Die Königin nicht mit Peasen zu geben! Peasen? Woh, woh, zurück! Wer sind Peasen da? Ich gebaut dieses Kastel. Ich habe den Namen Magic Kastel. Aber was es für mich? Ihr? Entschuldigung, meine Unterlinge. Unterlinge? Unterlinge, ja. Wir sind messengers von einem Land weit, weit weg. Wir kommen mit einem sehr wichtiges Wort für Her Majesty. Hand it over. Oh, naja. Wir müssen Ihre Majestät in person. Hm. Warum? Ah! Denn sie wollen die Königin! Was zu tun? Sie sprechen die Wahrheit? Natürlich! Ich werde nie leiden. Ich bin Dr. Hakee, Bibel der Wahrheit. Und Ihre Majestät zu servieren, Beauty Elephant III, Königin der Magie Kastel. Ich werde nicht zuhren, nicht zuhren! Er ist verrückt! Er ist verrückt! Oh, ja? Dann warum nicht die Bibel der Magie Kastel? Huh? Vielleicht ich werde. Okay, so die Sache mit der Bibel ist, es ist ziemlich... ...complex. Aha! Genau. Weil es gibt keine Bibel der Magie Kastel! Kastel! Oh! 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 Hey, Mae, du okay? Oh! 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 ţ Come on, hurry up! Ich kann nicht! Okay, so you built this place. Where to now? Just turn right here. Guards! Uh, uh, over here, quick! Come on! Hmm? Hmm? Oh! Oh, that's too much! Whoa! Whoa! Whoa, Iso Orbs! May! I have cool magician powers. Ja, sehr schön. Ja, da haben wir ja noch wieder was erlebt hier. Schloss haben wir zumindest schon mal erreicht, aber wie es hier weitergeht, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Wir bedanken uns wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wie immer findet ihr alle erforderlichen Informationen in der Videobeschreibung, unter anderem auch den Link zu Hiskis Kanal. Schaut sehr gerne mal bei ihm vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh mein Gott. Cheerio. Grüße. Grüße. Also Schaut. Grüße. Grüße. колели